alter wie weit geht es denn noch mal sehen wahrscheinlich hier mit der kleinbeinx wieder rüber da runter nehmen müssen wir runter glaube ich springe doch nicht gar nicht da nicht das ist ja hier und wir sagen auch nicht diese teile müssen wir da runter ich glaube wir sind einfach nur falsch abgebogen ist falsch also war marco gar nicht so verkehrt hier an der wand kann ja mal recht haben so ja so da bist du ich habe mich gedrückt das ist schön so gut mal runter alter hat muss so wehtun in den fingern ich höre hier sachen und ich ertrink was machen sachen was machen sachen babies schnauze so wie es hier aussieht müssen wir hier auch gleich weiter tauchen nicht mehr eben geht weiter alles klar hallo mensch ey man lauft da einfach weg und ich bin da als ein führer du warst doch gerade mal hinter uns ja ich bin da runter gefallen komm 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 Los die das unter wasser schmerztabletten was trinken meine batterie wird ja mehr machen ja können wir auch ich muss ja jetzt so leise ja ist es auch gerade sehr laut ach so wie lang habe ich nicht gerade so oh ja ich habe noch ein bein bitteschön danke so ja ja warte ich mache offen offen will mich waschen so arm und bein auf dem grill ja ich kann gleich noch mal essen ich warte noch mal noch gleich noch mal ein paar knochen raus schön lecker gegessen war aber nicht mehr so lecker ok tauchergerät mache ich jetzt mal wieder runter so dann habe ich noch mal die taschenlampe für so dunkle gegenden seht ihr den schein meiner taschenlampe eigentlich auch? ja gut tut es gut hier ist noch mal eine dreckige ritze ich weiß nicht wo die bieten 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 kam Achtung oh pass auf hier geht es runter ja links lang gehen an der wand hier geht es gleich noch mal runter mal schauen was hier hinten ist an der wand hinten war nichts mehr aber äh hier ist doch hier ist ein Hinweis doch hier ist ein Hinweis hier können wir glaube ich aufsprengen oder von der anderen Seite ja ich glaube das sind wo wir ach nicht ne nein haben wir nicht ach ja doch stimmt ich weiß ja da sind wir das letzte mal auch schon dran verzweifelt mhm gerne mich wir müssen jetzt hier runter und hier liegt ein äh luftkanister ich werde mal gleich nachfüllen gleich zwei sogar so ich hab einen schon dann sehe ich mal das doch wieder an aber wo kanister liegen muss meistens gleich getaucht werden ne ne das kommt später ja mhm ich hab auf jeden Fall galoppe von hier hinten irgendwo ich seh ein Zelt ich geh mal kurz speichern tschi 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 ich komm nicht hinterher give Entrace hier irgendwie so so ok speichern schlafen ja bringt der hier nichts stimmt alter hab ich mir erschrocken äh mach doch nicht sowas mit mir alter zu funki zu blöd alter da zuckst du so da ist noch einer hinter den schnauze ja flackert wenn dann die weg flackert kannst du ja da schon mal das Lagerfeuer anmachen ja was da am Zelt ist mach ich haben wir gleich nochmal ein bisschen was zum Grillen ich glaub das hält nicht mehr lange ja macht nichts für die Bienen Persönchen hier reicht das ja so ein bisschen mehr Licht auch noch so sieht's aus so eine Cola ist hinten noch was schönes bestimmt spannend im Zelt im Zelt sich doch was das haben wir schon ja das Foto kannst du lesen was da draufsteht irgendwas mit äh irgendwas mit Entrace hier oder irgendwie so kann das sein das kann sein ja auch Eingang hier ja ja ich wollte keine Knochen haben nein ich habe es nur noch ich bräuchte welche aber ja dann komm her oh eine Wasserquelle ach geh da weg ich glaub zwei liegen noch da ich glaub ich müsste mal hä hauen so so oh ähm hm klar schon hm hallo ein Zehnchen ah hier ist noch einer hm ich seh schon oh oh scheiße oh scheiße oh scheiße jetzt sind die Großen ich bin da auch nicht ja er auch da ja oh das ist noch ein Rufitz ganz schön das ist noch jetzt auch da um jup kann ich mich immer kurz abspulen oh oh Gerade was gehört. Schön. Böse Geräusche. Sehr schön. Ich glaube, hier müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir, äh, ah ja, ich hör auch schon Baby, äh, dass nicht von der Decke gleich was runtergeflogen kommt. Ich weiß, wo wir sind. Oh, perfekt. Es hat uns schon gewittert. Achtung, also, ähm, Brandpfeile, Flergarn, irgendwie sowas alles ausrüsten. Ich hab schon Muschus hier sehen. Na, Kollege? Und der Nächste. Komm her, wo bist du? Da bist du. Ein Muschus brennt. Der Zweite rennt mir gerade hinterher. Oh, ja. Kumpel. Au. Oh, nein. Ich muss noch aufkommen. Tutschen. Scheiße, ich seh nischt. Ich bin down. Warte, ich seh dich. Ja, jetzt bin ich tot. Muschus, geh weg. Ah, das wird ja schön jetzt. Alter, ruckel, ruckel. Die ist Baby tot. Sehr gut. Noch ein Baby tot. Alter, ja, hab mich gehört. Noch ein Baby tot. Ja. Da ruckel, 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 ruckel. Hallo Muschus. Da bist du. Hey, du hast doch gerade gebrannt, willst du mich verarschen? Blöde Kuh. So blöd, blöd Kuh. Achso, ja klar, im Wasser. Deswegen brennen sie nicht lange. So, jetzt mach ich mich mal auf den Weg. Wo ist denn mein... Ciao. Hä, wo ist denn mein... mein Punkt jetzt? Ach klar. Au, 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 au. Hä? Wie sieht's gesundheitlich bei euch aus? Au. Scheiße, ich bin down. Ich halt mich gerade, warte. Okay. Ich bin fast down. Okay. Ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch stehe. Alter, ich hab keinen Balken mehr. Krass. Ja, ich auch, deswegen muss ich auch. So. Kurz runterkommen. Besser wird, wenn wir die eigentlich hier irgendwie in der Ecke drängen könnten. Das ist ein Muschus. Es sind zwei irgendwie. Ja, ich weiß. Ich traktiere die ja die ganze Zeit. Einer ist tot. Sehr gut. Diese Babys, ey. So, noch ein Baby tot. Eins ist hinter dir. Pass auf. Alter. Genau da. Bin jetzt fast über euch. Okay. Babys tot. Bist fast über uns? Wo bist du denn? Ich bin noch tot gewesen. Ach so, hat, hatte ich, äh, Philipp nicht erheilt, ne? Konter mich nicht. Scheiße. Scheiße. Hier ist noch ein Baby irgendwo. Weil Muschus noch, äh, mich gekillt hat. Ja, wir haben hier zweimal Muschus, deswegen. Äh, einen hab ich beschissen, er ist schossen. Da bist du ja. Hallöchen, du blöde Kuh. Die hab ich mal was zu wissen. Okay, Baby tot. Super. Ich leg mich hier mit Muschus an. Okay. Oh. Alter. Muss ich jetzt den ganzen Weg noch laufen? Oder? Ach nö, ich will jetzt nicht spielen. Okay, Muttersbrenz. Ja, ich sehe schon. Wow, ich bin fast down. Ja, einmal zu, zuschlagen und man ist fast down. Bei dem Viech. Oh, du bist so ein Blödmann, ey. Ja, du. Schnauze weg. Die blöde Kuh löscht sich aber auch immer sofort. Ja. Achtung. Oh ja. Oh, ich... ... hab dich gesehen. oh ja aber es lohnt sich ja ich weiß was wir hier finden darauf freue ich mich schon die ganze zeit so leuchten wir hier mal ach nee ich habe kein baumharz mehr scheiße wir können hier nicht ausleuchten ja stimmt auch wieder machen wir noch ein kleines lagerfeuer oder so dann können wir erstmal die ok jetzt bin ich wieder da noch ein lagerfeuer 1 ja jetzt muss ich zurück oder wie solch nein ich kann es auch nicht okay ich sehe marco auch nicht hier auf dem ach da jetzt jetzigen bis hier wieder in der höhle drin oder ja okay das war schon mal drei freunde hatte ok ja ein habe ich gehe ein habe ich gekillt und den anderen die anderen beiden die hier ja und ich kann sie ausweichen ach du bist du jetzt wird sie schnitzelt es aber ich habe doch gar nicht ich habe doch dieses ding gar nicht wird es denn ernst würde ich sagen ich mache ein drying rack und wir hängen hier mal ein paar teile auf ich glaube hier wird es schwierig mit dem feuchten boden doch doch es geht da geht es ja ok ich hoffe ich bin hier und mache ich den drying rack daneben ich glaube da hinten in dem see konnten wir noch fischen gehen einfach ja kann man so Oh nö Babys Ja, ich kaste die auch So ein Restverbrender Oh, ich hab den jetzt schon wieder Ich hab mit meinen armen Gerütteln mal, weil ich hab Hunger Ja, mach ruhig, mach ruhig Oh ja, ich sollte auch was essen Deswegen auch mein Ärmchen Lieber arm dran als arm ab, wa? Oh, ein Witz aus deiner Richtung? Wie selten Schlechte Witze liegen mir nicht so Oh, du hast den auch aufgenommen? Ich auch Mal schauen, ob wir den jetzt zappelt haben Ja, cool Einmalessen ist fertig Jo Okay, ich vergesse Schmeckt nicht Jaja Ähm, ich komm hier nicht weiter Ich komm hier nicht lang weg Major Cannibalism Hab ich freigeschaltet, sehr schön Oder Major Ich komm hier nicht weiter Wo bist du denn gerade? Oben Ja, wo oben? Ne, da wo ich lohe ist Das große, da ist irgendwo, ähm, Seil, was runterführt Ja, aber ich muss da an der Wand runter noch Da hab ich diese Pickaxe-Dings-Zeugs da nicht Achso Achso Ja, was machen wir mal denn nun? Ähm Ähm, 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 ähm Okay, warte mal Ich komm mal, ähm, ich versuch dir mal entgegen zu kommen Und, ähm, werfe dir meine Pickaxe zu Und wenn du hier deinen Rucksack hast, dann gibst du sie mir wieder Mal schauen, ob ich's so finde auf Anhieb Gut, ich geh dann mal hier unten noch ein bisschen was Fische sammeln Ja, das kannst du machen, genau Ich hoffe, ich geh hier auch richtig Aber ich glaube, ja Oh Einmal Medikamente, sehr gut Achso, ich bin ja auch schlau Wenn ich dir meine Pickaxe gebe, wie soll ich denn da runterkommen? Richtig Es ist echt scheiße, dass man, äh, nicht die Rucksäcke von den anderen mitnehmen kann Ah, das Thema hatten wir ja schon, ja Ansonsten musst du, musst du versuchen, dich da irgendwo runter zu glitschen Oder, oder warte mal, bis ich, bis ich bei dir bin Und gucken wir mal, wie wir dich hier runterkriegen Notfalls fallen lassen und ich kiel dich hier unten gleich wieder hoch So, du müsstest ja hier Ich geh jetzt erstmal hoch, okay Hm Ich sag mal, kurz beim Ausgang Eingang So Schauen wir mal Ah, mhm Aber, äh, irgendwo hinwerfen kann man ja auch gar nicht Nein Deswegen, was, was vielleicht noch möglich ist, ist, dass du, ähm, wenn ich da bin, dass du dich dann fallen lässt Und ich dich unten gleich wieder Ja, das ist schon passiert, ja Na, lila Boah, ich brauch die Teile nicht, wo das Wasser ist, dann würde ich ins Wasser, oder? Naja, das kann ich ja mal gucken Ob du ins Wasser fallen würdest Das war das, äh, mittig vor dem Loch, das kannst du knicken Ich hab ja noch so ein Loch gefunden, da wo Wasser ist, aber da kann ich auch nicht tauchen Schön, dass das hier so leise ist Boah Hä? Ah, du bist ja jetzt hier, ne? Unter mir Direkt Siehst du mein Licht hier? Warte doch mal Ich muss jetzt mal Klettern hier So So Und jetzt über Ah, warte mal Ich sehe gar nichts von dir Nee, du bist doch noch nicht da, nee, nee, okay Ich dachte, du bist von mir Ich sehe, äh, ich sehe Äh, Philipp Ist mein Name nur so schwer? Ja Jaja, den, den, den kann man sich kaum merken Kevin Nein Nein, 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 nein Also ich sehe deinen Namen hier Ich glaube, du bist jetzt eine Etage über mir Wenn ich mich nicht täusche Ich kletter jetzt erstmal ein langes Seige runter Das ist gut So, es ist voll Also man kann denen wieder was essen Ist ja gut Ja, ich sehe dich Ah, ja, klar, ciao Hm Ja, die kommen mit Ich bin runtergerutscht und habe mir nichts gemacht getan Wat? Na, ich sehe aber Schwein, ihr habt Ja Ja Und wie Ich bin in den Halt runtergekommen Gut Na bitte So geht es Hat es ja doch, ich glaube, so halbwegs mit dem Glitchen Ich bin das lange Seil rückwärts runter Und dann, ähm Äh, also runter und dann bin ich rückwärts gelaufen Mhm Äh, bin ich runtergerutscht Ja, das ist nämlich dabei immer die Gefahr Da immer zu lange rückwärts drückt Ich muss es mal kurz weghalten Oh, so Upsa So, 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 so Dann ist hier das Seil wieder runter Dann haben wir gleich geschafft Da unten, ne? Aber das ist nicht so tief das Wasser Hm, weiß ich gar nicht Na doch, ist schon tief, aber ich weiß nicht, ob es tief genug ist Mhm So Warte mal Mal schnell Jetzt kann ich auch wieder Feuerzeug nehmen Oh Aber man findet nicht mehr so häufig Batterien, ne? Kann das sein? Ja Mhm Also ich habe vorhin, äh, in so einem Lager Batterien gefunden Na wo war Also auf der Yacht gibt es öfters noch Batterien Mhm Mhm Oh, mein Ohl Bitte schön zusammenbleiben hier den Höhlen Hier kann man sich schnell verirren Hä? Wo, wo bin ich hier jetzt? Sie sind in einer Höhle Ui Ui Sehen Sie sich diesen Stein an Der ist genauso wie der andere Stein Ne, der ist nur einzigartig Nur mit einer Kaffee Jeder Stein hier ist ja einzigartig Jeder einzelne Pixel wurde, wurde manuell, äh, gemacht Erschaffen Hier ist was zu essen Und Medikamente Mhm Ja, da in der Ecke So, dann sind wir wieder da soweit Jetzt müsste wieder Muschus kommen Nö, haben wir erledigt Äh, wo ist mein Rucksack? Da Ja Ich hab ihn, jaaaah Jawoll Oh, ja Schön Das sieht man ja mal gucken, wo er handelt jetzt Oh, hab ich einen vollen Rucksack Ja, ne? Hier, ne? Alter Verwalter Ja, hier ist es Hinten kannst du dich auch erstmal stärken Wenn du möchtest Oder wenn nötig Ach, da bist du Oh, das ist noch, das ist noch Raw Rav Obwohl, in, 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 für Spratik mir jetzt Oh, ein Arm Ja, die sind gut getrocknet jetzt Hier, ich hab noch Loich Und Loich angehangen Das ist schön Ich brate mir mal schnell einen Fisch Ich auch Trink mal einen Schluck Wasser Die, die Flasche ist echt gut Oh, jetzt sieht der Mako mal aus wie ein Europäer Halbwegs Halbwegs Ja, ja, bestimmt Ah, sehe ich ja eine Aufnahme, äh, Dings Dann bestimmt Marco sieht aus wie ein Mensch Oh mein Gott Was da passiert So Ich geh mal nach Fische fangen Und wieder anhängen Ich geh jetzt mir auf Fisch Will jemand essen? Ja, kannst du ruhig essen Ich hab grad Okay Ich geh mir jetzt was anderes Schönes holen Darauf hab ich schon die ganze Zeit gewartet Oh ja Und denn noch was anderes Darauf hab ich auch gewartet Wo sind die Weiber? Wer mitkommt will Kommt mit Moment Moment, weil ich muss aufhängen Moment Ah, okay Ja, da musst du dich aufhängen Wo war'n das jetzt? Ja, vor sich In der kleinen dunklen Ecke Ja, hier Hier Nee, das bin Ecke Achso, echt Achso, echt Ich dachte, ja Ja, da musst du dich aufhören Ja, da musst du dich aufhören Ja, da musst du dich aufhören